So, hoi miteinander, ich darf euch heute etwas über Bewerbungen, Bewerberauswahl und Anstellung erzählen. Ich zeige euch oder erzähle euch, wie ich das Ganze sehe oder wie wir das Handhaben bei uns in der DigiCube. Und ich hoffe, ich kann euch ein, zwei coole Tipps mitgeben. Und jetzt zum Thema Bewerbung, Bewerbung, Ausschreibung und Anstellung. Als erstes Mal, wenn man einen Kandidaten sucht oder eine Stelle zum Setzen hat, dann ist es wichtig, dass man eine gute Ausschreibung macht. Und zwar, dass man sehr, sehr präzise auch definiert, was die Anforderungen sind. Klar, es geht ins Detail rein, um am Schluss nicht wirklich Wildwuchs an Bewerbungen zu haben, wo man alle durchschauen muss und keiner richtig passt. Darum als erstes die Ausschreibung sehr, sehr spezifisch machen und anschliessend auf den richtigen Kanälen, wo die Zielgruppe auch auf dem Weg ist, dann ausspielen. Wir als digitale Firma machen sehr, sehr viel online, sprich auf ein paar Portalen und aber auch auf den sozialen Medien. Wenn ich denke, darauf kommen die Leute relativ viel mit über die Firma, sehen sie, können sie kennenlernen und wenn sie schon eine gewisse Sympathie dazu haben und jetzt mal ein Job frei ist, dann werden sie sich darauf bewerben. Unsere Social Media Managerin, einfach um das als Anekdote zu sagen, Anja, hat uns, glaube ich, ein halbes Jahr auf den sozialen Medien gefolgt und hat einfach gedacht, okay, vielleicht haben sie irgendwann einen coolen Job. Und ja, sobald wir etwas Cooles ausgeschrieben hatten, hat sie sich beworben und schlussendlich auch den Job bekommen. Sie hat sich intensiv schon mit der Firma auseinandergesetzt. Ja, wenn man die Ausschreibung gemacht hat, sie gestreut hat, können wir die Bewerbungen einnehmen und dann geht es einmal um eine erste Evaluation, was für Leute ladet man überhaupt ein als Gespräch, wer kommt in Frage. Dort einfach auch wieder ganz, ganz wichtig, dass man schaut, was hat man ausgeschrieben und ja, bringen die Leute auch die Qualifikationen mit. Ich meine, das kann man relativ schnell am Lebenslauf, an den Zertifikaten, auch an den Schreiben der alten Arbeitgeber herauslesen. Für mich so, wenn ich eine Bewerbung anschaue, schaue ich als allererstes auf den Lebenslauf, schaue dort drüber, okay, passt die Geschichte, bringt dir das Know-how, die Erfahrung hinein, passt dir auch vom Menschlichen her. Und erst in einem zweiten Schritt liese ich dann allenfalls das Motivationsschreiben oder ich gehe gleich rüber zu den Referenzen. Ja, dann hat man evaluiert, man hat gewisse Ausgewälte, die in Frage kommen, solche, die nicht in Frage kommen, die wir normalerweise relativ schnell auch beantworten mit einer Absage. Weil ich glaube, das ist auch nur fair, dass der Bewerber auch möglichst schnell weiss, wo der Aser ist. Ich meine, jeder, der einen Job sucht, weiss, wie hart das ist. Und darum finde ich es auch nur fair, dass man möglichst schnell auch demjenigen wieder Antwort gibt, nicht, dass der im Monat oder zwei Minuten wartet, nachverrägt und denkt, oh, bin ich jetzt noch dabei oder nicht. Dann als dritten Punkt kommen die Bewerbungsgespräche. Das ist aber sehr, sehr spannend. Vor allem so die ersten 1-2 Minuten finde ich mal extrem spannend, weil der Bewerber kommt rein, ist allenfalls nervös, schweizt, ist sehr selbstbewusst. Ich glaube, dort kann man schon relativ viel herauslesen. Passt die Person zum Unternehmen? Passt sie zur Kultur? Gibt sie einen guten Händedruck? Schaut sie sich an? Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, das dann auch zu beurteilen. Kurze Anekdote hier wieder. Das schnellste Bewerbungsgespräch ist ungefähr 3-4 Minuten gegangen. Nach dem Händedruck, wo er reinkommen ist, ist bereits zu merken, das wird wohl eher nichts geben. Und ja, dann bin ich dann auch der Meinung, dann darf man das Bewerbungsgespräch auch kurz halten, weil die Zeit ist knapp. Man muss schauen, wo man seine Zeit investiert. Und für mich ist klar, wenn ein Bewerber nicht passt, dann bedanke ich mich, auch wenn das so nach 5 Minuten ist. Dann kann man auch ganz klar machen, okay, wir können jetzt eine halbe Stunde hier noch am Tisch sitzen, ein bisschen blablabla, Liebtum miteinander, oder wir können jetzt einfach sagen, okay, von unserer Seite passt es schon nicht. Ich glaube, das ist auch eine Wertschätzung, wenn man relativ schnell sagt, wenn es nicht passt, weil ja, sonst vergütet man seine Zeit oder die Zeit vom Bewerber auch. Dann hat man ja die 3, 4, 5 oder wie viele Bewerber auch im Haus gehabt, hat diese kennengelernt und dann geht es natürlich nachher um die Evaluation, wer wollen wir jetzt für den Job ins Boot nehmen, wer wollen wir zusagen, wer wollen wir absagen. Wir machen dort normalerweise eine Rangliste mit 1, 2, 3, mehr braucht es normalerweise nicht. Und gehen dann an und bewerten die Kandidaten nach den Kriterien, die wir haben. Eben, wie ich schon erwähnt habe, wir schauen sehr, sehr viel auf die persönlichen Eigenschaften, dass der Mensch ins Team passt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn er vielleicht das Skillset mitbringt, aber vielleicht nicht ins Team passt, dann wird es sowieso nicht funktionieren, weil es ist immer wichtig, dass die zusätzliche Person auch immer in das Team, in das Gefühl hinein passt, miteinander umgehen kann und dass es am Schluss im Team auch passt. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht wartet. Wenn man sich entschieden hat, sollte man schnellstmöglich antworten. Das ist so ein Tipp, den ich wirklich jedem mitgebe. Es ist mir bisher zweimal passiert, dass wir das lange gewartet haben, haben wir uns am Donnerstag oder so entschieden, dann gesagt, okay, wir haben gesagt, wir melden uns nach einem Wochenende, haben einen Zipferstreicher gelassen, am Montag angerufen und ja, leider die Antwort bekommen, ja, sie hätten schon, oder er hätte schon eine Zusage letztes Freitag von einer anderen Firma bekommen. Das ist extrem bitter. Vor allem, wenn der Kandidat auch gerne in deine Firma gekommen wäre, in unsere Firma, und nachher einfach wild, so einfach zwei, drei Tage gewartet hast, mit der Mitteilung, den Kandidaten nicht gewonnen hast. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn er auch entschieden hat, Telefon in die Hand nehmen und nachher dem Kandidaten anrufen. Ja, sobald jemand zugesagt hat von dem 1, 2, 3, also man hofft natürlich immer, dass es bereits zugesagt, aber kann sein, dass der kein Interesse hat, das muss ja auch auf beide Seiten passen, aber wenn man die Zusage hat von einem Kandidaten, dann denke ich, ist es auch wieder wichtig, gut und auch zeitnah, den anderen Kandidaten abzuziehen. Weil nur so wird man in einem guten Licht dort stehen. Es geht darum, sich zu bedanken und vielleicht zu sagen, ja, es hat knapp nicht gelangt. Wir haben leider einen gefunden, der etwas besser zum Team passt. Das ist immer sehr, sehr eine gute Sache. Wir haben aufs Teamgefühl geschaut, weil so, ja, ist es nicht messbar, wieso jetzt der Bewerber vielleicht nicht genug geworden ist. Ja, und wenn man den Kandidaten gefunden hat, ist, glaube ich, ein Punkt, wo man einfach auch nicht vergessen darf, wo man an vielen Orten auch vergessen wird, ist das Onboarding, sprich, wenn der dann anfängt. Weil normalerweise hat er vielleicht ein, zwei, drei Monate Kündigungsfrist, dann gehört er eine Weile nicht mehr. Und auch dort finde ich es extrem wichtig, dass man in dieser Zeit, bis der Mitarbeiter dann anfängt, den Mitarbeiter auch wieder einmal abholt, weil er ja, jetzt hat er eine Kündigungsfrist von drei Monaten, Mitte im Monat gekündigt, dann gehört man dreieinhalb Monate, nichts davon. Ich glaube, das ist auch eher kontraproduktiv. Wir machen es so, dass wir uns normalerweise so in der Mitte von dieser Zeit einmal melden, plus eine Woche vorher mit Begrüßungs-E-Mail und ein paar Informationen oder ein Telefonat, einfach, dass sich der neue Mitarbeiter bereits abgeholt fühlt. Und nicht, okay, jetzt haben wir einen Mitarbeiter und ja, der kommt dann irgendwann zu arbeiten. Nein, das Onboarding ist bereits sehr, sehr entscheidend und wir schauen dort bereits, oder immer sehr, sehr gut darauf. Ja, wir haben da jetzt den Prozess so ein wenig gehabt, von der Ausschreibung bis hin zum Onboarding. Ich glaube, es muss jeder selber den Prozess für sich auch evaluieren. Ich glaube, Persönlichkeit, ganz detaillierte Auseinandersetzung mit den Kriterien, mit den Auswahlkriterien und schlussendlich auch wirklich überprüfen, passt der Mitarbeiter ins Team hinein, das sind so die Kernaufgaben während dem Prozess. Ich hoffe, ich habe euch ein, zwei Tipps und interessante Sachen mitgegeben können. Es würde mich extrem freuen, wenn ihr uns einen Like hier lassen würdet und auf anderen Kanälen folgen. LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube. Vielen Dank und bis zur nächsten Session.